Hallo, hallo, Officer Doofy hier. Was geht ab, meine lieben Freunde? Und herzlich willkommen zum nächsten GTA 3 Let's Play! Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit dem besten Spiel aller Zeiten. Ich hoffe, ihr habt natürlich auch so Bock wie jeden zweiten Tag, wie ich. Sogar unser Charakter, der dreht schon komplett durch und dreht sich hier im Kreis. Ey, Leute, letzte Folge war zu krass, das Ende wieder, ne? Ey, das war richtig, so Surprise Motherfucker Moment, wo wir einfach diese Garagentöner geöffnet haben. Guck mal, ey, was geht ab bei dem? Ey, Bruder! Abo! Was geht bei dir, alles klar? Willst du Bombe? Ich schier. Wow, auf einmal, guck mal, auf einmal kann der rennen, ne? Gerade geht der wie ein Krüppel, auf einmal rennt der hinter mir. Guck mal hier! Verarscht. Wow, ey, Bruder, du hast mir acht Leben abgezogen. Acht Leben zu viel, ja? Guck mal, da liegt er. Ja, da liegst du, ne? Da steht er wieder... Wow, da steht er mal richtig schnell auf. Ey, reicht doch! Der hat mir so viel Leben abgezogen. Ich sag euch, diese 22 Leben, die werden uns jetzt gleich fehlen bei der nächsten Mission. Wir machen weiter. Let's go. Nächste Mission. Der gepanzerte Zeug... Oh, nein! Oh, nein! Es ist diese Mission, wo diese Mumie da auf dem Boden liegt, Alter. Oh, nein! Wir müssten irgendwo ja Waffen besorgen oder diese Brenngranaten. Irgendwas brauchen wir, sonst kriegen wir die nicht platt, Leute. Ey, das ist die schlimmste Mission. Okay, Leute, wir versuchen einfach mal auf gut Glück. Vielleicht klappt es ja irgendwie. Oh, nein! Ich wurde direkt wieder gesehen. Ja, Moin, der macht sich einfach selber kaputt. Okay, Leute, das kann was werden, ey. Wir sehen uns gleich, wenn wir den Affen geschaden haben. Ich störe seine Panzer. Oha, nein! Oha, raus hier! Schneller, schneller, schneller! Ey, wenn ich jetzt nicht zum Ammonation Shop gehe und diese Mission mache, bin ich der größte Bastard. Oh, mein Gott, war der nicht hier? Da steht sogar Ammonation. Ey, sind wir, wollen die mich verarschen? Leute, kann mir jemand sagen, warum dieser verdammte Dreckshop nicht auf der Karte markiert ist? Kann mir das jemand sagen? So, wir packen uns jetzt... Oh, mein Gott, diese Mission, die wird jetzt... Ich sag euch, die wird jetzt so easy werden. Die werden wir locker schaffen. Die werden wir so locker schaffen. Ich packe jetzt nochmal extra alles doppelt, dreifach dazu. Und jetzt mache ich diese Mission nochmal mit Herz von neu. So, Leute, guckt euch das jetzt an. Ich schwöre es dir, jetzt bin ich richtig sauer. Ohne Witz, ich bin so sauer. Diese Mission hat mich schon so oft abgefuckt. Ich mache jetzt kurz einen Prozess, ganz ehrlich, ne? Hier. Was? Was? Ich hab dir noch ganz abgeballert. Ja, direkt drei Sterne. Ey, wen wollen die verarschen, Mann? Ohne Witz. Der biegt jetzt eh wieder rechts ab. Ja, war ja klar, deine Standardroute. Deine scheiß Standardroute. Ach, der ist schon runterge... Was? Ach, der ist schon runtergefallen. Oh mein Gott. Guck mal jetzt. Guck mal, was wir jetzt mit dem machen, Alter. Ich zeige es euch jetzt, okay? Jetzt zeige ich es euch. Hier. Wo ist der kleine Pisser? Der liegt hier. Oh, der liegt hier. Hier, Alter. Wir rammen den einfach weg. Rammen bringt ja auch was. Wusste ich gar nicht. Oh nein, die ballern jetzt hier drauf. Überhaupt nicht gut, Digga. Ey! Welcher Pisser will mich da rausholen? Okay, fuck. Oh nein, oh nein. Wo geht's? Hier. Hier. Und schau. Was? Wie viel schluckt er denn, Mann? Hier, du Hund. Hier, du Hund. Verpisst euch. Ey. Nein. Ey, wie viel Schaden hat dieser Hunde? Ey, ich schwör's dir. Ich drehe durch, ne? Hier, Alter. Hier. Nein, über alles. Wie viel schluckt er denn, Mann? Ey, 28 Leben, wenn ich jetzt sterbe. Ey, 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 ey. Gib mir ein verdammtes Auto. 15 Leben. 5. 7 Leben. Nein. Bitte, bitte. Bitte, verbisst euch. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Bitte, bitte. Bitte. Taxi, Taxi. Gib mir Taxi. Kugelkönnpanzer nicht durchschlagen. Sterne, sterne, sterne. Ja, Bruder. Vier Sterne, Alter. Hau nicht auf die Kacke. Aber vielleicht springt einfach mal schön. Wegrammen. Ja. Ja, Alter. Bam. Einfach nur mit voller Kanne überfahren. Wir haben's geschafft. Oh mein Gott. 7 Leben. Heilige Scheiße, Alter. Ich geh kaputt, Leute. Ich geh kaputt. Geil, Mann. Endlich. Ich hab gedacht, wir verkacken die Mission. Wir gehen jetzt erstmal schön zu unserem Haus, damit wir Leben kriegen. Und dann machen wir die nächste Mission, Alter. Jetzt bin ich wieder glücklich. So, die nächste Mission, die Befreiungsaktion. Die haben wir ja auch letztes Mal gemacht. Und haben gesagt, ah, das war ja die eine Mission, wo der eine Typ uns am Ende überrascht hat. Einfach. Wisst ihr das noch? Genau die Mission ist das. Oh nein. Jetzt komm. Oh nein. Das ist die. Oh. Fuck, Digga. Oh nein. Wir brauchen wieder diesen Kolumbianerwagen. Ey, ich schwör's dir. Ich hab den letztes Mal so lang gesucht. Ey. Was ein Dreck, Mann. Mann. Achtet oben auf die Zeit. 57, 59. Achtet drauf, wann ich diesen Kolumbianerwagen finde. Wie lange ich jetzt rumfahre. Das ist ja ein Sekundentakt. Guckt euch das gleich an. Ist der das? Ist der das? Ist der das? Ja, das ist er. Das ist er. Das ist er, Leute. Wir haben ihn gefunden. Oh mein Gott. Nicht mal eine Minute haben wir gebraucht. Ist heute das Glück auf unserer Seite? Ey, was ballern diese Pisser auf mich? Rette den alten asiatischen Gentleman. Okay, Leute. Guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Wir brauchen gar nichts zu überspringen. Ich mach jetzt kurz einen Prozess, weil heute bin ich auf 180, Mann. Heute bin ich... Heute fühle ich den Shit richtig hier. Jetzt geht's ab, Leute. Guckt euch das an. Ah, wir sind schon vorbei. Schwierig. So. Ab ins Tor. Mach die Scheiße auf hier. Aufmachen, aufmachen, aufmachen. Ja, Rille Peter Öhni ist da. Hallo. Hallo. Oh nein, nein, nein. Ah. Bitte stecken Sie einen Analog-Controller, Alter. Klappe, Liga, Alter. Wir sind nicht mehr im 18. Jahrhundert. Dualshock 2 hier. Ich hab Dualshock 4, Alter. Ey, die regen mich so auf, ne? Ich hab jetzt extra diesen scheiß Kolumbianer-Wagen direkt geholt. Wie auch beim letzten Mal. So. Und da haben wir den schönen Wagen. Was ist das denn? Ist da eine Scheibe drin? So. Ich schwere, ich werde die alle überfahren. Die haben einfach den kompletten Wagen kaputt geballert. Ich bin direkt explodiert gerade, ne? Ja, das kann nicht wahr sein, Leute. Ich werde das jetzt nicht überspringen. Wir werden jetzt direkt da durchfahren. Wir hämmern jetzt durch. Und dann kriegen wir das hin, ja? Ey, das ist nicht normal, ne? Oh, ist das noch so weit weg, Mann? Immer diese Fahrerei hier. Warum kann man die Scheiße nicht einfach überspringen? Ja, wenn der Wagen jetzt noch kaputt geht, wäre das natürlich Beste. Ja. Ja, komm. Ja, genau. Ey, Leute, ne? Also spielt das Spiel mal selber. Und versucht nicht auszurasten. Das ist unmöglich. Unmöglich. Ich bin so kurz davor, hier alles kaputt zu machen, ne? Weil ich bin gerade neu umgezogen. Die Nachbarn müssen auch ein bisschen geschont werden. Aber das geht noch nicht weiter, ne? Das geht noch echt nicht weiter mit diesem Drecksgame, Alter. So ein Scheißgame, ne? Also, wie konnten wir sowas früher feiern? Ich kann es nicht verstehen, Alter. Ich kann es nicht verstehen, diese Steuerung, alles. Früher habe ich noch niemals so ein Pech gehabt als Kind. Guck mal jetzt, was jetzt passiert. Warte. Ich will jetzt alle so überfahren. Direkt beide hinterlander. Perfekt. Guck mal jetzt. Ja, genau. Erstmal den. Kleinen Schwanzlutscher. Dann dich, du Hund. Und dann dich. Und dann dich. So. Was jetzt, ne? Was jetzt? Was jetzt, ne? Aha. Was jetzt, ne? Oh, oh, oh. War da noch jemand? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da hinten ist noch einer. Ja. Oh, was geht denn, mein Kleiner, hä? Alles gut? Hier, komm, mach die Garage auf. Komm, geh auf. Komm, geh die nicht auf, die Scheißgarage, hä? Wo ist dieser eine Pisser, der mich letztes Mal umgebracht hat? Wo ist der? Ah, ganz merkwürdig. Jetzt auf einmal ist keiner mehr da, ne? So. Der eine Vogel, ne? Der mich letztes Mal hier verarscht hat. Der wird jetzt so kommen. Komm her. Oh mein Gott. Guck mal jetzt. Wie ich mich freuen werde, den abzuballern. Ja, komm. Geh hoch. Geh auf. Oh nein. Oh mein Gott. Ich hab fast den Asiaten abgeballert. Was geht, Bruder? Alles gut? Ey. Stell dir vor, wir hatten jetzt den Asiaten noch mit abgeballert. Oh mein Gott. Wir hatten gerade echt Glück gehabt. Wo ist der Asiaten? Ja, guck mal hier. Oh, der steigt da ein. Korrekt. Jawohl, Alter. Mein Gott. Bis gleich. So. Wir sind da angekommen, Alter. Endlich. Endlich, ey. Ey, das wäre doch zu krass gewesen, wenn wir diesen Asiaten da getötet hätten, ne? Yeah. Gib mir den Beat. Wir haben die Mission geschafft und versiegt. Yeah. Yeah. Guck mal, der da reinläuft. Ein echter Gangster, Alter. Meine Güte. Ich würde sagen, wir bleiben direkt hier. Machen wir die nächste Mission auch bei D. Endlich neue Missionen, ey. Nicht immer dieselben, wo wir verkacken. Endlich mal ein bisschen Glück. Lol. Ist einfach verschwunden. Okay, soll die nächste Mission. Das Kenji-Komplot. Let's go, Leute. Ich hoffe, wir sind alle motiviert. Die hat doch noch nicht die Mission. Ah, die ist ja gerade das noch. Wackagashira, Kenji-Komplot. Ich hoffe, ihr seid auch alle motiviert wie ich. Mhm. So. Die nächste Mission. Diesmal brauchen wir... Klau... Ey. Ich hab doch vorhin meinen Wagen hier geparkt. Ey. Jetzt brauch ich wieder so einen verfickten Kolumbianer-Wagen. Ey. Diese ganzen Kolumbianer, die können mir so fett einblasen, Alter. Das ist doch echt nicht normal. Also das kann... Kann nicht wahr sein. Jetzt muss ich wieder so einen Dreckswagen... Halt die Klappe, Oma, mit deinen Tüten da. Was ist los mit der? Oh. Müsste wieder so rumschreien. Ey, Mann. Jetzt muss ich wieder zum Kolumbianer. Jawohl. Das müsste einer sein, oder? Ist das einer? Ja. Das ist doch ein Kolumbianer-Wagen. Kolumbianer. Oh, nein. Oh, oh, oh. Ich fahre jetzt zu dem Parkhaus in Newport und ziehe Kenji aus dem Verkehr. Okay, Leute. Bis gleich. Ah. Wir sind schon da. Wir sind schon da. Parkhaus. Rein da. Oh. Wunderschön die Kurve genommen. So. Gehe ich schrauben die Schranke nicht hoch. Wo ist Kenji? Kenji. Wo ist der Mann? Hä? Aber schon eine Etage höher. So. Kenji, Kenji, Kenji. Vorsicht. Sag mir nicht, der ist auf dem Dach, Digga. Bis dahin ist der Wagen kaputt. Noch einen höher. Wunderschön. Ist der hier? Oh. Ey, sowas regt mich auf. Ich muss den ganzen Scheiß-Dach hochfahren hier. Ein bisschen leiser hier. Es ist laut. Sag mir jetzt auch, der ist nicht hier. Oh, da ist er doch. Hallo. Ah, der. Kenji. Ach du Scheiß. Und wir haben keine Waffen dabei. Oh Gott, Leute. Das kann was werden. Das kann was werden. Ich habe keine Waffen dabei. Mein Wagen qualmt. Brauchen wir den Wagen? Die Zakuser haben dich erkannt. Wollen die mich verarschen, weil ich aus dem verfickten Wagen ausgestiegen bin? Ey, das ist zu krass, ne? Das ist zu krass, Leute. Jetzt bin ich den ganzen Park aus Kacke umsonst hochgefahren, ey. Unglaublich, Alter. Unglaublich. Unglaublich. Okay, Leute. Wir sind wieder da. Ich darf jetzt nicht auf drei kommen. Ich wollte eigentlich den Wagen wechseln, weil der so kaputt ist, ne? Und dann schickt er auf einmal die Mission fail. Super. Und jetzt? Ja, super. So, Auftrag erledigen. Das ist doch echt nicht normal, ne? Das ist echt nicht normal. Wieso ist denn der verdammte Dreckswagen aus dem Nichts explodiert, ohne zu brennen, Mann? Okay, Freunde. Jetzt mache ich kurz einen Prozess und haue auch sofort wieder ab. Ist mir scheißegal, Digga. Ist mir sowas von scheißegal hier. So, und jetzt verschwinde. Yalla, yalla, yalla. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Komm, komm, komm. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Oh, noch drei Sterne Bullen hinter mir. Super, super. Da, schnell hier weg. Schnell hier weg. Ei, 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 ei. Ah, die können mir nicht das Wasser reichen. Ach, du scheiße Helikopter. Ach, guck mal, ganz easy. Jetzt kann nichts mehr passieren. Soll ich das nämlich jetzt machen? Jetzt verschwinde aus Newport. Ja, mache ich doch. Chill doch mal. Lass mich da erstmal ein neues Auto nehmen. Sicher ist sicher, Leute. Sicher ist sicher. Ach, du scheiße. Die ballern auf mich. Wo kamen die Schüsse auf einmal her? Wir müssen jetzt hier schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Ganz ruhig, ganz ruhig. Rechts runter. Jawohl. So, wir sind weg. Ganz easy. Jetzt müssen wir von der Insel komplett verschwinden, oder was? Das ist ja super. Wir müssen jetzt irgendwie wieder rüber auf die andere... Ne, doch nicht. Wir haben es geschafft. Jawohl. Wir haben es geschafft. Aber weißt du, was ich mich frage, Leute? Wir hatten ja vorhin noch die Mission mit K. Und jetzt haben wir die Mission bei D gemacht. Ich glaube, wenn wir zu K gegangen wären, das ist ja Kenji, dann hätten wir diesen anderen Typen mit D umgebracht. So, glaube ich, war das, oder? Wie war das? Müsst ihr mir doch mal in die Kommentare schreiben. Weil sonst wären wir zuerst zu K gegangen, dann wäre diese Mission bei Kenji und jetzt war die bei diesem anderen Typen da. Ich weiß nicht mehr genau, ob man da quasi die Auswahl hatte zwischen den beiden, wen man umbringt. Aber ich glaube schon, dass es so war. Jetzt gehen wir weiter zu diesem D-Vogel. Die einzige Mission noch auf der Karte. Haben wir geschafft. Easy going. Weiter geht's. So, nächtlicher Fischzug. Okay, Leute. Next Mission on the road. Wir machen auf jeden Fall noch ein, zwei Missionen. Was machen die da schon wieder? In diesen Tagen der Moral-Hypocrisie können bestimmte wertvolle Komoditäten schwer zu importen sein. Auf ihrem Bezug zum Flugzeug heute Nacht wird ein lichtes Flugzeug über die Böse. Es wird mehrere Pakete in das Wasser verabschiedet, dass du sie abholst, bevor es jemand anderes macht. Okay, jetzt müssen wir wieder Pakete. Und bitte, wenn er jetzt lila steht, Kolumbian nicht erwagen, besorgt ihr ein Boot und folgt dem Flugzeug. Boot ist lila, Flugzeug gelb. Okay, easy. So schnell ein Boot besorgen, Leute. Also, wir wollen mich verarschen. Wo ist denn jetzt das scheiß Boot? Wollen die mir jetzt gerade sagen, dass ich ernsthaft rüber muss auf die andere Insel? Es ist doch nicht deren Ernst, oder? Man kann nicht mal Pause gucken und schauen, wo man hinfahren muss, Digga. Das ist zu krass, Alter. Das ist zu krass. Muss ich echt rüber auf die andere Seite innerhalb von einer Minute? Ja geil, wie soll ich das denn hinkriegen? 16, 5, das Boot ist hier vorne rechts. Schnell, schnell, schnell. Ja, komm, schnell, 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 schnell. 11, 10. Komm, jalla, ja. Nein, nicht sterben. Naja, das ist echt zu krass, Digga, Alter. Das ist Spiel, ne? Ich hab echt keinen Bock mehr, Alter. So eine Rotzkack-Game. Das Flugzeug ist jetzt in Reichweite. Oh mein Gott, wir können es doch schaffen. Schnell, schnell, schnell. Das Flugzeug hat eins von sechs Päckchen. Ey, jetzt kommt mir kein Auto. Komm, Taxi, Taxi. Stopp, 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 stopp. Halt die Schnauze, Digga. Gib mir dein scheiß Taxi her. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell. Ey. Komm, 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 komm. Wie soll ich jetzt da rüberkommen? Kannst du mir das mal sagen? Schnell, schnell. Vier von sechs Päckchen abgeworfen. Nein. Und ich dachte, da ist Fußweg, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ey. Wo zur verfickten Hölle nochmal kommt man jetzt rüber auf die andere scheiß Stadtseite, Mann. Da ist die Brücke, okay. Das heißt, wir müssten hier lang und dann rechts. Komm, Leute, jetzt kriegen wir das hin. Bis gleich. Okay, wir haben noch 20 Sekunden Zeit, Leute. Jetzt müssen wir Trick 17 machen. Ich mach doch hin, Alter. Wie lange braucht ihr... Ey. Ey. Komm, Vorsicht, da unten ist nichts. Komm, ja, schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Nein. Also, habt ihr schon mal sowas gesehen, dass so etwas passiert ist? Mir fehlen die Worte. Guckt euch mal, an welchen Wagen ich mir jetzt besorgt habe, den Infernus. Und guckt mal, wie der durchzieht, Alter. Das ist zu krass. Ja, super. Wo soll ich jetzt langfahren? Guck mal hier. Wie schnell, Alter. Wir sind ganz easy sofort dort. Ohne irgendwelchen Stress oder sonst was. Ey, guckt euch mal bitte an, wie viel Zeit noch ist. Eine Minute zehn Sekunden. Ey, dieser Wagen, Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Guckt mal, guck mal, wie schnell der ist. Ganz easy. Wir haben noch eine Minute Zeit. Ey, das ist zu krass. Guckt mal, ich werde doch diesmal gar nicht runterspringen, Leute. Guckt mal, wir machen es diesmal ganz gechillt. Wir fahren hier lang. Ganz locker, easy. Ey, Alter, bitte, bitte. Jawohl. Guckt mal, 46 Sekunden. Ey. Also, wir können ganz gechillt bleiben, Leute. Jetzt gehen wir einfach mal hier hin. Zack. Ey, jetzt ist da eine Wand, Digga. Ich komme nicht klar, ne? Wir müssen da wohl doch runterspringen. Ah, da ist der Tunnel. Okay, wir sind über dem Tunnel gerade gefahren. So, ganz easy, Leute. Ganz ruhig. So. Und da haben wir doch das schöne Boot. So. Meine Güte, Alter. Also, was da gerade wieder passiert ist, ist echt zu krass. So, und da sind wir doch. Perfekt. So. Also, das Flugzeug, was wird der jetzt genau machen? Der wird jetzt hier die Pakete verteilen. Hier müssen wir jetzt folgen. So. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Let's go. Okay, das Flugzeug ist jetzt in Reichweite. Ja, und jetzt? Das Flugzeug, ah, okay. Oh, gesammelt eins. Polizei kommt. Zwei von sechs. Kriegen wir jetzt zwei Sterne Bullen? Also, ganz ruhig. Drei ist hier. Oh, jetzt. Gesammelt zwei. Was steht da? Gesammelt zwei. Drei. Okay, weiter, 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 weiter. Komm, schmeiß runter. Fünf von sechs, gesammelt drei? Ja, wo sind denn die anderen? Wo ist der? Gesammelt drei, und jetzt? Gesammelt vier. Oh, vier Sterne Bullen? Ja, toll, und jetzt? Hä? Was ist denn jetzt los? Wir haben vier von sechs Päckchen, und jetzt? Gesammelt vier. Ja, und die anderen zwei sind irgendwo da hinten. Ja, aber was soll ich wissen denn, wo? Ist das? Die Polizei war vor dir bei den Päckchen. Das war's so, Alter, ohne Witz. Ich bin halt kurz davor, diesen Controller zu nehmen und kaputt zu machen, ne? Ich bin halt echt kurz davor. Leute, es tut mir leid. Heute eine etwas kürzere Folge, aber ohne Witz. Das ist zu krass, Alter. Dann zeigen die nicht mal auf der Karte an, wo diese Päckchen sind, Digga. Soll ich mir... Woher soll ich mir die Päckchen ziehen? Aus dem Arschloch? Ich frag mich, was da los ist, Leute. Aber es regt mich einfach übertrieben auf. Weil wir sehen uns übermorgen wieder, am Samstag. Ist zu heftig. Macht's gut, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann nutzt meinen Creator-Code bei Fortnite. Ich verabschiede mich. Haut rein. Und ciao.